Mein Name ist Astrid Jershetz, ich bin Visagistin und ich arbeite mit prominenten, auch nicht prominenten Menschen zusammen. Menschen, die man kennt, sind vielleicht Giedemarie Kretschmer oder Karolina Kurkova. Als ich das Gerät von ZeitGuard das erste Mal angewendet habe, da war ich wirklich sehr erstaunt, denn es glättet sehr schnell, es macht die Haut prall und dadurch entsteht ein jugendlicher Effekt. Ich konnte dadurch das Make-up noch besser aufarbeiten und deswegen für mich toll. Die Anwendung ist kinderleicht. Durch diesen einen Knopf kann ich die Temperaturen regeln und ich habe zwei verschiedene Stufen, einmal heiß und einmal kalt. Für mich ist es ein Profi-Set für Endkonsumenten, denn diesen Effekt kriege ich eigentlich nur beim Kosmetiker, wenn überhaupt. In der heutigen Zeit hat man ja meistens sehr viel Stress oder manchmal kurze Nächte und gerade dafür ist dieses Produkt innovativ, denn es strafft und glättet die Haut und man bekommt dadurch auch einen wirklich optischen Frise-Kick.